Ich bin Nikolas Kühn, 21 Jahre alt, komme jetzt vom FC Bayern für ein Jahr als Liger und freue mich hier zu sein. Offensiv bin ich variabel einsetzbar, größtenteils von rechts auf der Zehn. Ich denke, ich kann meinen nächsten Schritt gehen, mich weiterentwickeln und das ist eine Riesenchance. Ich freue mich vor allem auf diese starken Gegner, diese starke Liga und jetzt erstmal auf das neue Team. Vielen Dank.